Du wirst ja einen Plan gefasst haben. Meine Lieber! Nie mehr! Nie mehr! Meine Lieber! Das ist die Leichtathletik-Abteilung. Das sind unsere Hammerwerfer. Timo, sorry. Habt ihr euch verdient, Alter. Viel Spaß und lasst uns. Gut, dass ihr wenigstens zu Fürth gekommen seid. Das Bier hättet ihr wenigstens da lassen können, statt es wieder mitzunehmen.